Hallo Leute und herzlich willkommen zu Kirby Superstar Ultra. Ich habe lange nicht mal aufgenommen und jetzt muss ich ehrlich zugeben. Und Revenge of Meta Knight. Genau. Werk zu 1. Output normal. Adjust the balance in the 0-0-3. Let's race. Danke. Check anti-gravity plant. 1, 2, 3. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine deutsche Version gibt. Release the Saints. Solar Level 288. Aber es juckt sowieso nicht. Das ist ja eher ein Jump 1. The time has come. The time to show our power. Dreamland's lazy lifestyle will end. I will rule. Gebe is here. He is flying this way. Oh no. Oh no. What do we do? You mustn't interfere with our plans. Lord Meta Knight, what is your comment? All on deck prepare for battle. All others prepare for takeoff. So, jetzt sind wir. Hier, auf diesem Landschiff und weiter geht's. Brudis, da, 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 da. Ach, wie cool das Spiel einfach nur ist. So, dann nehmen wir die Fähigkeit hier mit. Perfekt. Okay, das muss man auf jeden Fall aktivieren. Damit wir hier durchkommen. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt kommt der Heavy Lobster auf uns zu. Geh mal weg, ey. Hau mal ab. Wir hauen jetzt nach unten ab. Weiter geht's. Damn. Kirby's just behind the nozzle now. Ready for takeoff now. She can play it anytime. Hurry up. Where is Heavy Noster? Bam, Junge. Bam, Alter. Okay. Currently fighting with... Dam, 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 dam. Geh mal weg. So. Dann müssen wir einfach nur spammen, ganz zur Zeit. Und dann immer hochgehen. Was? Scheiße. What the fuck? Wo landen wir jetzt? Wir wissen es nicht. Anscheinend ist das Orangenmeer. Orangenesaftmeer von Kirby's Adventure. Looks like Kirby was blown into the ocean. Oh. Hmm. That was close. Now flying far to a stay humble bed. We're now all over all of the remnant. But first a little test of the grape gardens. So. Da, 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 da. So. Ich muss mich jetzt erstmal an die Steuerung gewöhnen, weil ich ja zuletzt Kirby's Adventure gespielt habe. Da ist die Steuerung ein bisschen anders. Ihr wisst bescheid, da, 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 da. Bam, ba, da, da, da. So, weiter geht's Ah, ich glaub, das soll an Kirby's Adventure angelehnt sein, dieses Abenteuer, glaub ich Weiß ich's jetzt grad nicht Scheint aber irgendwie so So, verpiss dich Oh, ich liebe den Jojo Ich liebe den Jojo So, hau ab Weil das Spiel ist so gut Und geil geremact auf HD-Grafik Sieht auf jeden Fall geil aus Das Design und die Grafik an sich Sieht ja nicht mehr so schlecht aus Für ein Kirby-Spiel, find ich Ist schön gemacht Sehr schön sogar Bomb-HD-Grafik So, ich will dieses Bonbon hier haben, genau Geh mal weiter Perfekt, hier gibt's anscheinend nix Es gibt ja auch nix versteckt an sich Also man muss ja nur Revenge Also Revenge of Meta Knight Einfach nur ganz normal durchspielen Das muss man hier nicht machen Ich weiß nicht, ob ich das jetzt Im ganzen Part machen werde Oder in zwei Parts wirklich unterteile Das könnte egal sein Ich könnte's auch in zwei Parts oder in einem Part machen Das ist völlig egal Kommt drauf an, wie lang die Parts sind Wenn's nur 45 Minuten lang ist, dann passt das eigentlich Eine Stunde ist dann viel zu lang Find ich dann Persönlich Also ich weiß ja ungefähr, wo's endet Ich seh kein Blind mehr Ich seh kein Blind-Projekt Gut, ich kenn die DS-Remake noch nicht Das ist vielleicht eine DS-Version An Blind an sich Geh schnell Hau ab Schnell Okay Den wollen wir nehmen Wir bleiben Ne, wir machen uns erstmal vorleben Wir bleiben bei Äh, Jojo Oh, wir müssen jetzt gegen Whispy Woods Ist aber nicht schwer So, ich glaub, das ist an Kirby's Adventure angelehnt Weiß ich jetzt gar nicht Aber Whispy Woods ist am Anfang gerade, oder? Tot Whispy Woods ist kein Problem Oh, zwei jetzt Ist aber auch kein Problem Der Stirb, Alter Motherfucker So, stirb Mich So, tot Also Whispy Woods ist jetzt kein Problem mehr Kirby's Flank öfters Oh, okay, man Go on, online Charlie, feier Feier away Feier away Stimmt, da gab's eine kleine Animation Auf dem Super Nintendo Aber auch keine große Hier ist es aber ein bisschen größer geworden Gabby's hit We is fallen in the woods Alright That should take care of him now I wonder So, cool Das Spiel Ich liebe es So, weiter geht's So, immer noch weiter nach oben Alles klar Es ist eigentlich kein Problem Das Spiel an sich Und kann man da überhaupt mal rein Es bringt mir einen Schalter Aber es bringt mir nix Außer eine scheiß Kanone Und voll Leben natürlich Kein Problem Da, 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 da Oh, copy Ich will kopieren Da, 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 da Kann man eigentlich den Kopierer kopieren Würde mich mal interessieren Ich will jetzt meine, äh, Fähigkeit wieder zurück Aber die bekomme ich anscheinend nicht mehr Dann benutzt sich diese hier Komm, hör ab Lass mich in Ruhe So, Boss Bam Genau, hör ab Bam, Junge Verpiss dich, Junge So, Bam Oh, die Fähigkeit ist so nice Dann, ba, da, 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 da Alter, ich freue mich schon auf das neue Smash-Boss Müsst ihr verstehen NSW-Mix 2 ist ja schon längst raus Ich weiß ja nicht, wie ihr das Spiel schon findet. Magikart 8 kommt ja auch bald raus. Das ist auch bestimmt voll cool. Warte, wie kommt man da hoch, bitte? Das geht nicht durch, ne? Okay. Ach so, dann musst du nach oben schlagen. Cool, ein Reifen. Ich glaub, ja, es bringt hier was. Sogar viel. Dann muss ich wenigstens nicht laufen. Cool gemacht hier. Fürs Rasenden geeignet. Ach scheiße. Nicht dafür, ihr. Weiter geht's. So, voll cool, ey. Voll cool, mit dem Reifen überall zu fahren. Lass mich in Ruhe. So, weiter geht's. Ähm. Oh, wir brauchen Feuer, glaub ich. Genau, du bist Helfer. Ein Helfer können wir gebrauchen. Komm her. Ja. Du, 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 du. Ich wusste nur nicht, wie man die Fähigkeit... Oh. Brauchen kein Feuer. Ich glaub, das geht gar nicht mal. Nee, es geht ja nicht mal. Dann brauch ich das nicht mal. Da, 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 da. Das geht auch nicht. Doch, das geht. Lol. Oh, servus. Ach so, wir mussten das sogar machen, wegen Story-technisch. So, jetzt hilft uns der Vogel nämlich, da hochzukommen. Scheiße. Aber sind wir im Luftschiff? Ist ein Luftschiff jetzt drin. Dina Blade has been shot down. But, 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 köpies on deck. Relax, we must handle this calmly. Listen, you love us. I want you all after that Kirby. Ach man. Ich liebe diesen Vogel, ey. Der ist so cool. Es ist voll traurig, dass er jetzt stirbt. Nee, der stirbt nicht. Aber es ist voll traurig, dass er jetzt gerade abgeschossen wird. Ist echt voll traurig, ey. Ist der einzige Stelle, wo ich jetzt weinen muss. Ein bisschen. Weil er Bombe ist, der Kerl. Seht ihr wieder, was er für uns geopfert hat, der Kerl. Da fliegt schon eine Träne. Da fließt schon ein bisschen die Träne, ey. Okay, weiter geht's so. Es ist traurig, ne. That's fair enough. That's fair enough, Kirby. Now you want the power of Metalheads. Fight. So, geh mal weg, Alter. Alter. Mein Kumpel erledigt. Jawohl, Alter. Mein Kumpel erledigt alles, ey. Geil, Mann. Sauber, Willi. Da war piste ich. Genau, mach ihn tot. Mach ihn alle, Bruder. Ach, der Typ ist stabil, ey. Typisch stabil. Looks like, Kirby is trying to get on a deck. Man, then let's go to him in front of one of the cannons. Bam. Genau, jetzt gehen wir nach oben. Dö, 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 dö. Dann wo müssen wir lang? Ach, ganz normal rechts, okay? Es gibt hier nur einen Weg. Das ist schön hier. Schön gemacht. Oh, da ist Brudi. Alter, hau mal ab, ey. Geht mal weg, ihr Pisser. Dö, 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 dö. Ach, da sind schon wieder Gegner. So, mach. Du machst den down. Genau. So, mach den down. Alter, bist du... Oh, sauber. Geil, Mann. Der Typ ist gut. Ach, ich liebe diese Kerle, ey. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Grafik, Alter. Ich wundere mich gerade, dass hier so geil ist, die Grafik. Spiel an sich macht dir sau viel Spaß. Kirby is now approaching. Kirby is now approaching, man in Cannon 2. He will burn to a crisp. Okay, cool. Jo, jo, dadam, dam. Ja, natürlich kriegst du was. Bruder, ich will ein Jojo behalten. Och, nee, ey. Hier verlieh ich ja jetzt schon das Ding. Hier ist der beste Ort. Hier passiert dir nämlich nichts und du kannst ihn so angreifen, wie du willst. So ist er nicht stark. Tot. Er siegt, Mann. Ah, Mann kann... Jo, was destroyed. The cannon's back. We can't use it. What? How could this be? Keine Ahnung, Mann. Ich bin halt... Kirby is now hitting for the left wing. You don't think he... Everyone, we need to keep... Kirby away from the left wing. Genau, jetzt gehen wir erstmal richtig hin. Hier sieht man sogar eine Zeit, aber die... lässt uns nur unter Druck stehen. Eigentlich müssen wir gar nicht so schnell jetzt sein. Jetzt gar nicht mal so wichtig, glaube ich. Bam, 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 bam. Aber man muss sowieso... Man geht sowieso automatisch rüber. Man lässt sich hier keine Zeit, weil man... Egal, gar nichts machen kann, außer dorthin zu laufen. Ist so. Man kann ja nichts hier machen. Einfach ganz normal laufen. Das ist aber ein schönes Abenteuer, finde ich. An sich ein schönes Abenteuer. Ich hasse es nämlich, so tausend Wege zur Suche. Aber es ist auch was Schönes. Kann man machen. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber... Es ist nicht immer cool. Versteht's? Oh, der sieht ja voll süß aus, ey. Nur schade, dass wir dich töten müssen. So, weiter. Okay, was passiert denn jetzt? Keine Ahnung, bro... Oh, da, 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 da. Bam, alter. Der left wing ist destroyed. Damage, Stufe 74 auf der wing. Ah? Wir sind ein Ding, da los. Stabit, die pickers auf ihn. Protect the seals. Give more lift to the left wing. Können wir jetzt da rein? Okay, wir können da rein. Hey, where's Kirby now? It looks like he's inside the cabin now. We got him on the water. He's on the ducts. Du-du-du-du. What's he doing? Here. Ach, gib mir her. He's moving to the ducts now. Du-du-du-du. Is he lost or something? Wait, I thought of something. Hehehe. Ich glaube, ich schaffe es gar nicht immer, alle zu imitieren. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, die untere Tür war fake oder so. Nee. Ich glaube, man muss da oben lang. Has he made it into the armor? Yeah, he speaks of the lot now. Okay, was wollen wir denn hier von diesen Items? Hammer? Nee, ich behalte mein Jojo. Oh, we already? Oh, we already doing this? Hm. I know, we will regret this. Shut it. Know his own, our only chance to finish him. It's time we will succeed. Heavy Lobster away. Okay. Ach, scheiße, man. Jetzt kommt Heavy Lobster und verfolgt uns. Aber ist eigentlich kein Problem. Ist nicht schwierig. Es gibt nur eine miese Stelle. Bleh, hehehe. Crash him. Hehehe. Crash him. Es gibt hier nur eine schwierige Stelle, wie ich finde. Oh, looks like our ship is falling apart. Don't worry about it. Just press on. Okay, weiter. Heavy Lobster, du nervst langsam. Auf dich. Du bist ja, glaube ich, dagegen kämpfen. Ja, müssen wir. So, mach. Bam, Junge. Komm, greif ihn an. Ich glaube, der bringt gar nichts, ihn anzugreifen, oder? Doch, der greift ihn an. Tatsache. So, mach ruhig dein Feuer. Kleiner Pisser. Scheiße. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Och, leck mir am Hoden, ey. Scheiße, Mann. Mein Typ stirbt. Komm, Bruder. Nimm das. Genau, jetzt hilfst du mir. Kam, Brie, sieg ihr noch. Sauber. Kollege, ey. Stabil. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, weiter geht's. It looks like the exploration from Avery Lapsatok or the White Wing. Hmm, hmm, having both wings destroyed may be just what we needed. Kami is climbing around the outside of the ship, waiting for the helm. But the music is so nice! der weiter nach unten wir müssen einfach in diese tür da rein weiter geht's not much we can do that to him there but the wind is strong and and it's gold in its in its query all right you lot hey was habe ich gemacht hast ich habe keine fähigkeit mehr stimmt scheiße das habe ich keine fähigkeit mehr das habe ich mir keine fähigkeit holen lassen der da 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 so wir nehmen diese plasma fähigkeit die bringt uns wenigstens was 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 ich glaube es geht weiter nicht geht hier nicht weiter so weiter geht's auch nee das ist ein mieses rätsel das ist so ein mieses rätsel wir haben es geschafft beim first 2 mutfuckers wir müssen einfach nur so schnell sein sein mieses rätsel eigentlich da habe ich immer zumindest zehn minuten lang gehangen deswegen waren die parten auch so 40 minuten lang okay hier gibt es gar nicht nach unten dann müssen wir hier erstmal lang nach unten direkt wir holen dass wir hier was zu essen dann geht es weiter nach unten aber da muss man den schalter hier drücken weiter nach oben zu gehen da da dann war okay dann geht es hier weiter runter rechts oder links ajojo geil und wollen ab ist ja mal schön da und rechts links gibt es gar nicht lang okay das war rechts lang das macht mal bisschen sinn so weiter geht es ist wir da lang hätte jojo behalten müssen glaube ich egal Ich kann ihn für den Reaktor verletzen. Wenn du diesen Reaktor verletzt hast, dann ist es sicherlich alles vorbei. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Kirby kann nichts für den Reaktor tun. So lange als ein reflektiertes Laser nicht den Reaktor braucht, wird es nicht invisible sein. Äh, du sagst nicht mal so was. Haha, du wirst es doch sowieso schon. So, dann muss man das so, dann muss man so besiegen. Was machst du, Alter? Du Vollidiot. So duck dich. Vollidiot. Genau, komm du nochmal runter. Alter, der Typ nervt gerade hier. Unser Begleiter nervt uns gerade. Genau, okay, mach gerade aus. Perfekt. So, dann schieß mal die Kanone erstmal so lang ab. Warm, Junge. Du nervst mich, komm. Was machst du, Alter? Du Vollidiot. So ein Idiot, ey. Stirb. Ja, stirb, Alter, du nervst. Das war richtig, ey. So. Ich liebe dieses Spiel, ey. Vamage of Meta Knight is so cool. So, wir nehmen ein Yo-Yo mit. Wir werden uns auf jeden Fall helfen, so verpiss dich. Du willst uns auch helfen. Dann bin ich mir sicher, Brody. Wir haben jetzt zwei Yo-Yo Freaks. Nein! Nein, nein, nein! Wir fliegen da nicht runter. I'm escaping now. Don't think badly of me. So, now it's time for the rest of you to escape as well. I will stay until the bitter ends. Wir sind einmal gestorben. Nein! Nein! Was mache ich? Ich wollte einen erschaffen. Einen Bruder erschaffen. So, komm, nehmen wir das mit. So, wir hauen jetzt auf einmal ab. Da, 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 da. Das ist jetzt ein paar, 23 Minuten lang. Es geht eigentlich voll klar. So, now it's time for the rest of you to escape as well. Ja, das kennen wir schon alles. Deswegen liest ich es nicht nochmal vor. Tötet. Das ist mir zu schwul. Langsam. Okay, das war die mieseste Stelle. Auf jeden Fall. Finde ich. So, weiter. Oh, nimm das mit, Alter. Jetzt habe ich das nicht mitgenommen. Egal, weiter geht's. Nach oben. Waren das mit den mehreren Wegen oder gab es hier nur einen Weg? So wie es aussieht, gibt es hier nur einen Weg. Ja, nur einen Weg. Und zwar hierhin. Wait, Kirby. I cannot let you go any further. Bam. Bam, Junge. Bam. Bam. Bam, Alter. Bam, Alter. Genau, Junge. Lord Midnight, please take care. We make our own eyes. I hate them. Döt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, hier gibt's nix, okay? Dann gehen wir weiter. Trotzdem weiter. Trotzdem weiter. So, wir machen uns erstmal voll Leben drauf. Das ist der End. Kirby, komm mit dir, du. Bum. Au. Nicht mal so lang ist das Abenteuer, wenn man's so sieht. Bam, Junge. Wir kämpfen gegen Meta Knight persönlich, ey. Aber wir können leider mit, ey, wir können mit einem, ey, Kumpel, äh, hier spielen. Ach, Junge, verpiss dich, ey. Bam, Junge, ey. Meta Knight, du bist Geschichte gleich, ey. Meta Knight ist sehr gut. Er hat gute Fähigkeiten, auf jeden Fall. Aber mich, gegen mich kommst du einfach nicht an, Bruder. Scheiße, Mann. Bam, Junge. Tot. Scheiße. So lang war der Part ja nicht mal. Wie konnte ich damals 46 Minuten brauchen, allein für dieses Spiel hier. Ich glaube, weil wir an dem Rätsel da festgehangen sind. Ne? Das war jetzt eher sowas wie perfekt. Ne, es geht ja noch weiter ein bisschen. Stimmt. Okay. Das ist cool. I won't let you escape. Oh, stimmt, der Typ ist ja da. Der verhindert uns, dass wir entkommen. Genau, wir dürfen hier nicht entkommen, sagt er. Verpiss dich. Scheiße, Mann. Wir sterben ja bald. Nein. 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 Verdammt. Was muss ich denn umbringen eigentlich? So, verpiss dich, Alter. Manchmal denke ich, der Hintergrund ist halt, äh, gehört halt dazu. Meistens denke ich halt das. Genau, zum Beispiel hier. Nein. Ich wollte da gar nicht runterspringen. Was ist denn das? Komm, mach. Okay, das ist die Stelle, bei der ich, glaube ich, auch oft failen werde. Weil es an sich ja ein bisschen unfair gemacht wurde. Komm, weiter geht's. Genau, weiter. Wie kann ich ja nicht mehrmals springen hier? Ach so, hier kann ich ein bisschen mehrmals springen. Nein, Mann. Was ist denn das für eine Stelle? Asozial. Wir haben ein bisschen Game Over. Wenn wir das jetzt nicht schaffen. Ich muss es schaffen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir Game Over werden. Ich hoffe, wenn nichts Schlimmes ist. Dann müssen wir das Ganze bestimmt wiederholen. Und darauf habe ich keinen Bock. Game Over. Toll. Was ist das für eine unfaire Stelle, einfach. Continue. Data will not be saved. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen. Wenn wir Game Over werden, müssen wir das nochmal spielen. Weil es ja nicht gespeichert wird. Ach, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Was weißt du, das? Leck mich am Arsch. Ist doch unfair. Wie soll man die Stelle bitte meistern? Kapier ich nicht. Ach so. Ja, komm. Kann ich jetzt nicht wissen, ey. Ja, toll. Kurz vor dem Ende wird es nicht gespeichert, oder was? Boah, die Musik ist so geil, ey. Wir haben es endlich geschafft. Aber scheiße, dass wir es jetzt nochmal machen müssen, glaube ich. So, Kibble. Katze. Rechts sind nochmal alle Elfer und ein bisschen alle Fähigkeiten noch alle aufgelistet. Also nicht, ich glaube nicht alle, aber ein paar bestimmt so ein bisschen Ninja Bio-Spark. Und so weiter. Das könnt ihr alles schauen. Auf jeden Fall, ich mag The Revenge of Meta Knight. Das ist ein cooles, cooles Story auf jeden Fall bei Kirby. Das ist, glaube ich, von einem anderen Spiel. Ich weiß jetzt nicht von welchem. Kann es sein, Nightmare in Dreamland? Oder entweder Kürbis Adventure. Aber Kürbis Adventure würde da nicht passen. Weil man nicht unbedingt in einem Luftschiff war. Oder warte mal. Doch, bisschen. Könnte es schon passen. Doch. Aber nicht wirklich richtig. Weil Meta Knight war ja schon ein Endboss, aber... Jetzt nicht so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Nightmare in Dreamland war ja auch ein anderer Endboss. Passt schon. Okay, warte mal. Dann hat es... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von welchem Kirby-Spiel das ist. Können wir auch gar nicht wissen. Simi-Mirror-Mirror. Copy-Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt doch nochmal... Äh... Das machen müssen, weil es jetzt sonst nicht gespeichert wird. Bonkers, Hammer. Parasol, Waddle, die... Parasol. Ich hoffe nicht, dass es... Äh... Äh... Einfach nicht gespeichert wird. Das wäre unfair. Und Disrespect. Gegenüber den anderen Leuten. Ja, wir können jetzt Milky Way Vicious spielen. Cool. So, das haben wir geschafft, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gespeichert wird. Was? Leave the Cock-Bot and quit the game. Na, komm nochmal. Doch, das zählt. Cool. Okay. Ja, was ist das? Nein, 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 nein. Cool. Okay, ähm... Record 19,5... Face Down in Time Challengers. Das ist eine vierte Schwierigkeit und das ist fünf Schwierigkeit. Okay. Bin with Kirby to watch a movie. Okay, das können wir hier alles machen, hier. Anscheinend haben wir schon 13 Filme. Die schauen wir uns auch alle an, im letzten Part oder so. WikiVicious wird im nächsten Part gemacht. Auf jeden Fall haut rein, Leute. Ciao. Bei Kirby Superstar Ultra. Juska. .... ... ...